hi moin wir sind wieder da und ich bin auch schon wieder ein bisschen da noch nicht ganz aber ein bisschen und wir freuen uns alle auf den tag der offenen tür ist nicht mehr lange zeit der findet am 14 mai stadt also samstag zweiter samstag im mai wie immer und dahinten wird schon fleißig vorbereitet und wir haben auf der anderen seite auch ganz fleißig vorbereitet wer in den letzten tagen da war der weiß hier sah es bis vor kurzem noch ganz anders aus das heißt sie haben unsere ganzen erdvorräte aufgeräumt und es gibt also viele andere dinge die wir in der gärtnerei auch aufgeräumt und rausgeräumt und bereitgestellt haben und wir freuen uns auf ganz viele besucher und leute die sich auf kaktien freuen und es wird schönes wetter geben es wird wieder kaktus bratwurst geben so ein bisschen normalität hat uns dann wieder und kommt einfach vorbei kommt uns besuchen 14 mal samstag 8 bis 18 uhr wurst brennt wir freuen uns bis dann